Richtige Ernährung, gesunde Lebensweise. Voraussetzungen für Leistung bei Bodybuilding. Denn nicht nur Muskeln müssen trainiert werden, entscheidend für den Erfolg ist auch das regelmäßige Training für Atmung und Kreislauf. Für dieses aerobische Training ist Laufen bestens geeignet. Denn es steigert die Leistungsfähigkeit von Herz und Kreislauf und somit die allgemeine körperliche Ausdauer. Die Leistungsfähigkeit von Herz und Kreislauf Und das über viele Jahre hinweg. Denn Krafttraining ist keine Frage des Alters, wie man sieht. Mit 50 Jahren unglaublich in Form. Ed Corney, ehemaliger Mr. Universum und Mr. America. Die Hochform von Ed beweist, Menschen aller Altersgruppen vertragen anstrengendes Krafttraining. Und längst steht fest, der natürliche Alterungsprozess des menschlichen Körpers wird durch aktives Bodybuilding wesentlich verlangsamt. Und diese Angelinaik von Edmund mosque careful. Das war's, das war's, das war's, das war's.